Hallo Auguste, schön, dass du ein wenig Zeit gefunden hast für ein kleines Gespräch zu dem aktuellen Thema Corona und Auszubildende. Mein Name ist Auguste Kranek und ich bin seit 2013 in der Martenzentral Holding tätig und verantworte dort unter anderem den Bereich der Ausbildung. Was habt ihr in Bezug auf die Corona-Krise zu Beginn, was habt ihr verändert bei euch im Unternehmen, aber im Speziellen bei den Azubis? Was die Azubis angeht, war das nicht ganz so einfach. Da mussten wir dann tatsächlich auch kurz innehalten, weil die bisher einfach nicht mobil gearbeitet haben bei uns. Die Auszubildenden haben feste Arbeitsplätze in den Abteilungen, in denen sie gerade tätig sind. Wir haben in jedem Ausbildungsjahr quasi einen, also drei Azubis, die dann kurz sich neu strukturieren mussten. Und natürlich mussten wir uns dann auch im ersten Moment die Frage stellen, ist einer der drei in der Risikogruppe, sind alle gesund? Und das hat dann schon ein paar Tage gedauert, bis wir die Entscheidung getroffen haben. Letztendlich auch sehr individuell. Also eine unserer Auszubildenden gehört zur Risikogruppe und ist komplett ins Homeoffice umgezogen, was für sie auch eine ganz neue Situation war, kam quasi nur noch einmal her und hat ihre sieben Sachen gepackt und sich dann seitdem ist sie zu Hause eingerichtet. Was haben die Azubis von euch erwartet? Gab es Erwartungshaltungen? Also ich glaube, am Anfang gab es tatsächlich keine Erwartungen. Es kam ja für die Azubis auch genauso überraschend wie für uns dann am Ende der ganze Umzug ins Homeoffice und die Veränderung der Arbeit. Ich glaube, wir haben reagiert, bevor die sich überhaupt anfangen konnten, Gedanken zu machen im ersten Schritt. Welche Unterstützung habt ihr den Azubis zusätzlich angeboten? Über den BWV in Hamburg. Die haben da eine tolle Kooperation auf die Beine gestellt, was wir auch in die Gruppe getragen haben. Da gibt es eine Plattform, wo ganz viele Videos zu den unterschiedlichen Berufsschulfächern, die auch jeweils auf das Berufsbild zugeschnitten sind, veröffentlicht sind und auch Prüfungssimulationen und all solche Sachen. Und die haben eben auch auf die Krise reagiert und dann das sehr schnell auf die Beine gestellt und zur Verfügung gestellt. Und das haben wir unseren Auszubildenden auch gegeben. Auch gerade der Auszubildenden, die jetzt ihre Prüfung ablegt, also auch gerade die Berufsschule zum allerfalschsten Zeitpunkt ausgefallen ist. Und das hat sehr geholfen, dass sie die Zeit auch nutzen können. Und natürlich auch ihnen die Zeit gegeben, die Berufsschultage zu nutzen. Das haben wir auch gemacht. An den Berufsschultagen durften alle zu Hause bleiben. Auch die, die normalerweise im Büro arbeiten, haben dann auch quasi das Gefühl der Berufsschule bekommen und durften das aus dem Homeoffice machen. Wie funktioniert der Austausch mit den Azubis aktuell? Wirklich sehr, sehr gut. Also das ist ja eine Sache, wo ich am Anfang nicht richtig Zweifel hatte, aber schon dachte, okay, da müssen wir schauen, wie wir das gut hinbekommen, weil es einfach ja so ganz anders war als vorher. Und da gab es aber überhaupt keine Einbrüche. Sie sind alle sehr gut erreichbar und suchen auch regelmäßig die Kommunikation. Also eigentlich spreche ich schon jeden Tag mit jedem, mir wenigstens einmal kurz. Und da ist Teams bei uns das Medium geworden, dass wir sehr, sehr viel im Video Call sind und tatsächlich auch sehr viel Wert darauf legen, dass wir eher nicht zum Telefon greifen, sondern dann da kurz auf die Kamera klicken und uns auch in die Augen schauen. So gut das eben geht. Also der Punkt, der Austauschwung sind wirklich sehr, sehr gut. Was würdet ihr an der Ausbildung ändern? Gibt es da überhaupt etwas, was ihr ändern würdet? Wir sind auch sehr der Meinung, dass wir, um gut ausbilden zu können, einfach nah dran sein müssen und es auch einfach dazu gehört, hier zu sein und mitzubekommen, was im Büro passiert und man das niemals ausschließlich aus der Ferne machen könnte. Die Dinge, die wir allerdings jetzt eingeleitet haben, die wir organisiert haben, also zum einen dieses Zurverfügung stellen der Unterstützungsmedien, würde ich jetzt vermutlich immer von Anfang an anbieten, weil ich glaube, dass das auch schon im laufenden Berufsschulunterricht unter normalen Bedingungen einfach eine gute Hilfestellung ist, dass sie darauf zugreifen können. Und auch das flexible Arbeiten kann ich mir vorstellen, dass wir das zukünftig in Teilen machen. Das ist total abhängig von den Menschen, ob man da der Typ für ist oder nicht, ob man da die Azubis, für die das geeignet ist und wenn es bestimmte Phasen gibt, wo das erforderlich ist oder vielleicht Tage gibt, an denen bestimmte Dinge anstehen, wo man sagen kann, heute wird es mir irgendwie gut passen, wenn ich im Homeoffice arbeite. Das kann ich mir vorstellen, dass wir das zukünftig zumindest sehr in Teilen mit anbieten. Augusto, das war sehr interessant. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.